Zack. Was eine Miesgeburt. Willkommen zurück meine lieben lumpigen Freunde da draußen und Zuschauer, die eventuell noch lumpig werden wollen. Diesmal begrüße ich euch aus meinem Übergangsaufnahmezimmer, nennen wir es mal und zwar mit einer Runde Skywars. Und ja, ich wollte euch einfach mal so ein bisschen auf dem aktuellen Stand bringen, mich mal wieder bei euch melden und sagen, mir geht es gut, meinem Zimmer nicht so. Also, die Sache kann, wenn es, äh, wenn es weiterhin so weitergeht, schlauer Satz, ähm, bis Weihnachten dauern und dann ist das sozusagen mein Weihnachtsgeschenk, dass mein Zimmer wieder begehbar ist, beziehungsweise auch wieder einräumbar ist. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt in die nächste Runde. Der ist zwar auch gestorben, aber gut, machste nix. Pinnis. Hallo, ich wollte Pinnis spielen, dann spielen wir halt den Brex. So, also qualitatives Gameplay ist auf jeden Fall auch am Start. Ich habe den Ping des Todes auf jeden Fall hier in dem Übergangszimmer nicht, denn das Internet hier ist ein bisschen, naja, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig. Also, von den 100.000 kommen ungefähr 4.000 an, das heißt, ich werde an diesem Video auch ein paar Stündchen wieder uploaden. Das ist wieder eine ganz neue Erfahrung für mich, da freue ich mich auf jeden Fall, auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, euch geht es allen soweit gut. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so macht, was es so Neues bei euch gibt oder ähnliches. Ich bin da sehr, sehr gespannt auf eure Rückmeldungen. So, wir können dann jetzt hier auch gerne mal anfangen. 3, 2, 1, meins, ab geht's. Und ihr könnt natürlich auch gerne mal in die Beschreibung, in die Beschreibung schreiben. Nur ich kann in die Beschreibung schreiben. Also, ihr könnt natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das so mit dem Ton ist. Ich hoffe, es ist nicht allzu grässlich. Es ist natürlich schlechter als normal, das steht außer Frage. Aber ich hoffe, dass es noch halbwegs anbietbar ist. So, und jetzt habe ich eigentlich genug geredet. Jetzt sollte ich mich mal konzentrieren und hier mal etwas Produktives machen. Zack. Was eine Miesgeburt. Warum schreibt er Slash Start und stirbt dann? Was ist denn los mit dem Jungen? So. Äh, kurz checken. Da ist sogar einer. Zack, zack, zack. Lisa. Heißt der Lisa? Tschüss. Lisa. Lisa und so. Anstatt und so und so. Alles klar. Man lernt nie aus, Freunde. Ich merke es immer wieder. Man lernt immer, immer wieder irgendwas Neues kennen. Also, Freunde, wenn ihr denkt, ihr wisstet alles. Spielt mal drei Runden Minecraft und ihr lernt die Grammatik und Rechtschreibung in ganz neuen Formen kennen. So, wie ihr sie noch nie gelesen habt. So. Ähm. Ja. Essen ist natürlich nicht schlecht. Ich könnte irgendwie Blöcke ein bisschen besser gebrauchen. So. Was mache ich denn jetzt? Ich habe auch kein... Oh, jetzt muss ich mir eine Spitzhacke machen und Steine abbauen oder was? Alles klar. Ich muss auch... Jo, gut. Gut. Dann machen wir halt noch erst eine Working Bench. Und dann brauchen wir noch ein Holzstückchen ab. Warum auch nicht? Och, es ist ja nicht wahr. Zack. Jetzt müssen wir eine Spitzhacke machen, damit wir uns hier weiter bewegen können. Och, Mann. Wo bin ich hier gelandet? So, komm. Gib her, gib her, gib her. Hier bauen wir mal auch noch eine Schicht ab. Eine Schicht. Eine Schicht. So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zack, zack. So, das reicht. Gehen wir hier hoch. Ja. So. Ab damit. So, so, so. Kurz gucken, wann wir springen können, denn... Okay. Gut. Dann gehen wir zur nächsten Insel. Kuchen. Den Rest brauchen wir nicht. Hier ist auch keine Kiste mehr. Schade. Ich brauche Blöcke, Freunde. Das leben nicht mehr allzu viele. Das ist schon mal nicht ganz so schlecht. Das heißt, ewig wird diese Runde auch nicht gehen. Guck. Schisch. Alter. Was war da los, ey? Warum bin ich so gut geworden in diesem Spiel? Alter, was ist das für eine Misttreppe, ey? Ohne Spaß. Geht ja gar nicht klar. So, hast du eine Angel, Bruder? Hast du eine Angel? In dem Sinne, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Bleibt euch Lumpi. Kau da rein. Ciao.